Da steht mitten an... Da steht einer mitten auf der Straße. Okay, der Typ steht immer noch da. Ich hab mich kurz ein und nochmal... äh, aus und nochmal eingeloggt, nur um die Zombies mal kurz in den Schacht zu kriegen. Und ich bin... Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr und natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 2020, liebe Leute. Und da ein Silvester rumgeballert wird, baller ich jetzt auch ganz gemütlich rum. Ihr seht schon, meine Essensanzeige da unten und mein Geld. Jetzt, es ist leicht verpackt, ich bin zwar erkältet, ich hab aber auch schon ewig lang Antibiotika genommen und ich werde jetzt wahrscheinlich drauf gehen. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2020 und in diesem Sinne, was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Daisy Diaries. In dieser Folge seht ihr mich jetzt wahrscheinlich ganz easy krepieren und dann starten wir einfach neu und versuchen uns natürlich wieder aufzuraffen und natürlich den ganzen Stuff zu finden. den wir hier jetzt einfach mal liegen lassen. Naja, ich würde jetzt mal sagen, wir sind auf der Suche nach meinem toten Körper, um natürlich meinen ganzen Stuff wiederzuholen, der mir so schamlos geklaut wurde von diesem Spiel. Und auch die Dame hier, die ist felsenfest entschlossen, den toten Leichnam wiederzufinden. Die guckt. Es könnte sein, dass ich mich doch noch finde. Ich muss nämlich in diese Richtung, weil von hier sieht man dann keine Straßen mehr. Nice, perfekt. Ich versuche mich jetzt einfach mal zu finden, liebe Leute. Also was ich definitiv testen könnte, wäre, ich könnte natürlich zu den zwei Zelten, die an dem Sendemast waren. Und da ich natürlich so ein ganz netter war und die nicht ganz ausgeraubt habe, könnte ich natürlich dorthin und mich einfach nochmal equippen. Die hatten ja genug Waffen. Ich glaube, das ist ein Plan. Also irgendwie ist es dumm gelaufen, Leute. Wie gesagt, ich habe mich eingeloggt, war auf einmal schon so damaged, meint mein Charakter. Deswegen, keine Ahnung, was da passiert ist. Ich glaube, das war ein bisschen verbuggt, weil in der letzten Folge oder das letzte Mal, wo ich gespielt habe, da war ich ja nicht infiziert. Ich komme rein und bin gleich eigentlich kurz vorm Tod. Naja, gut, da kann man jetzt nichts machen. Das ist auf jeden Fall definitiv Brenner. Das heißt, ich muss rechts um Brenner rumlaufen, um dann natürlich Richtung Sendemast zu kommen. Aber ich sehe da unten gerade Kühe. Und ich habe nichts mehr zu essen, Leute. Ganz ruhig, ganz ruhig, liebe Kuh. Ganz ruhig. Ich möchte nur dein Fleisch. Hallo. Ja, alles gut, alles gut. So, jeder, der tierfreundlich ist, jetzt bitte einmal wegschauen. Verdammte Axt, wieso rennt die weg? Nein! Ich brauche was zu futtern. Bleib hier. Bitte. Ich sterbe sonst. Hier geht es um Leben und um Tod. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Oh Mann. Okay, das ist das Verbrauch. Ich verbrauche auf jeden Fall zu viele Ressourcen dafür. Verdammt. Okay, dann. Ich muss wohl in die Stadt. Jetzt loote ich noch die zwei Häuser und dann mache ich mich gleich wieder auf. Nicht dein Ernst. Hallo? Da hat jemand Kürbisse angebaut. Ich bediene mich da einfach mal. Jetzt esse ich auf jeden Fall erstmal die Kürbisse. Dann mache ich mich nochmal voll und laufe gleich weiter. Naja gut, ich muss meinen alten Körper wohl liegen lassen. Den werde ich wahrscheinlich so einfach nicht mehr finden. Ich hätte wahrscheinlich irgendeine Markierung setzen müssen, wo ich ungefähr bin. Egal, ich würde sagen, ich bewege mich jetzt trotzdem in Richtung Sendemasten. Wenn ich nicht verhungere. Also heute ist der Wurm drin, Leute. Das ist mein letztes Essen. Also definitiv muss ich danach entweder in Glinska oder in Lukow irgendwie in eine Stadt. Ansonsten gehe ich vor die Hunde. Natürlich in der Hoffnung, dass hier irgendwo ein Hütchen... Da ist ein Schaf. Okay, Leute, das muss ich jetzt töten. Aber sonst verrecke ich wirklich. Versuche mich da jetzt echt anzuschleichen? Nein, 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 nein. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Bug irgendwie. Wieso? Wieso? Ich habe, ich habe doch zugeschlagen. Was war das jetzt schon wieder? Bleib da. Nice. Okay. Okay, let's go. Bevor ich jetzt gleich unmächtig werde. Für alle, die jetzt hier ganz tierfreundlich sind, Leute. Hier geht es ums Überleben. Und ich muss was essen, sonst gehe ich drauf. Ich weiß auch, dass ich krank werde, wenn ich jetzt das Fleisch natürlich so esse. Aber ich muss es essen. Egal, aber ich bin wieder on life, Leute. Und ich bewege mich jetzt wieder in Richtung Lukow mit blutverschmierten Händen. Um natürlich meine Hände jemanden an den Hals zu drücken und Menschenfleisch zu essen. Nein, Spaß. Ich probiere eigentlich nur Richtung Lukow. Und dann Richtung Sendemasten, Leute. Und dann versuche ich natürlich bei den zwei Zellen mich wieder zu equipen. Aber wenn das so weitergeht und ich mir meine Hände nicht waschen kann. Ich habe halt nichts zu trinken da. Ich kann meine Hände nicht waschen. So, ich bin schon infiziert, Leute. Nice. Ich habe keine Vitamintabletten. Ich habe keine Antibiotika. Geil. Ja, nice. Nehmen wir doch alles mal mit. Und natürlich einen guten Rucksack. Das nehmen wir alles mit, liebe Leute. Also ich denke, Essen habe ich genug. Klar, ich bin krank. Das Einzige, wo ich wirklich schaffen könnte, dass ich wirklich überlebe, ist, wenn ich, blöd gesagt, die Antibiotika finde aus den Zelten. Und ich hoffe, dass die Zelte natürlich noch da sind. Oh, Leute. Ich habe ihn endlich gefunden. Da vorne ist der Sendemast. Jetzt schaue ich, ob die Zelte noch da sind. Natürlich, wenn ich Glück habe, sind die noch da. Und die hatten nämlich genug Antibiotika. Die hatten genug Waffen. Die hatten wirklich genug. Ich hoffe, dass ich jetzt natürlich auch nicht auf die Spieler treffe. Ich denke, ich glaube, ich packe lieber mal die Schrotflinte aus. Nur aus Vorsichtshalber. So. Jetzt muss ich nur überlegen, wo waren die Zelte? Ich glaube, die waren hier runter wieder. Die waren irgendwo hier. Ich habe meine ganze Hoffnung da reingelegt, dass die Zelte noch da sind mit der ganzen Antibiotika. Das heißt, ich muss rein theoretisch jetzt wirklich nach Lukow rein, um so ein Hospiz zu plündern. In der Hoffnung, dass da natürlich Antibiotika liegt. Verdammt. Ich laufe jetzt hier einfach mal zwischen den Bäumen nach unten. Aber ich glaube nicht, dass die Zelte noch da sind. Nein, leider nicht, Leute. So, Leute. So wie im letzten Video schon gesagt. Entweder sterbe ich heute in einem Kugelhagel. Denn gestorben durch eine Krankheit oder durch ein Bug, das bin ich schon. Und das will ich nicht nochmal. Aber verdammte Axt. Wo ist Lukow? Kleines Update. Ich habe Lukow gefunden. Da vorne ist es auch schon. Wie gesagt, ich muss jetzt natürlich erstmal in die Stadt. Ich muss auf jeden Fall ins Hospiz. In der Hoffnung, dass ich Tetacryl-Tabletten finde. Und natürlich meine Vorräte wieder auffüllen. Wer weiß, vielleicht finden wir sogar ein paar Spieler. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal überraschen. Warum leckt denn das jetzt so heftig? Komm klar, Spiel. Komm klar. Wo ist der Typ hin? Der war ziemlich gut equippt. Deswegen habe ich gleich auf ihn geschossen. Aber Leute, wir sind im Hospiz. Und dass es so leckt, dafür kann ich nichts. Das ist gerade echt furchtbar. Da steht er. Warum steht er da? Wenn ich den down kriege. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen low. Aber wenn ich den down kriege, Leute. Dann bin ich wieder full equippt. Okay, ich weiß nicht, warum der nicht down geht. Das ist gerade sehr, sehr merkwürdig hier. Was ist mit dem? Was ist mit dem? Schaut es euch an. Der steht immer noch da. Ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Ich hoffe nur, dass die Zombies sich jetzt schnell wieder beruhigen. Mir liegt leider auch nichts. Und es erschwert gerade alles ein bisschen, weil das Spiel so laggy ist. Also es ist gerade kein Spaß. Ist das ein Zombie? Ja. Der Typ, der steht immer noch da? Ja, der steht immer noch da. Nice. Jetzt stehen alle direkt vor dem, ne? Alle stehen direkt vor dem. Euer Ernst? Verschwindet. Vielleicht nochmal eine Granate zünden. Und dann da rüber schmeißen. Wieso rennen die jetzt auf mich zu? Ich glaube, die können das nicht wirklich ordnen, ne? Wo das herkommt. Verdammt. Ich will doch nur zu diesem Mate. Und wieso steht der eigentlich mitten auf der Straße? Kann der nicht hier im Busch sitzen? Okay, ich mach's jetzt anders. Ja, folgt mir. Ne, die Hälfte ist schon mal eingesperrt. Kann ich jetzt wieder nicht schlagen? Ach, Daisy, bitte. Okay, ich sperre die jetzt alle hier in dem Hospiz ein. Ist nicht ganz aufgegangen. Ich sehe nichts. Okay, komm her. Ich kann die Zombies nicht schlagen. Da ist ein Spieler. Und ich bin... Oder auch nicht. Ich hatte so einen Dusel, Leute. Was ist hier passiert? Und by the way, wieso hat der eigentlich auf mich geschossen? Eine Frage, aber was genau ist jetzt gerade passiert? Ich werde gesamt, wird stand. Okay, ich habe sie aber eingesperrt. Der Kerl konnte mich nicht töten, weil ich verbuggt war. Oh shit, da ist er. Alright, jetzt hat er mich erwischt. Was soll man machen, Leute? Heute war es wirklich extrem, extrem verbuggt. Also wirklich extrem. Oh, da ist noch ein Spieler. Hey, buddy. Take care. In der Haus, in der Haus ist ein Mann. Was, was, was? Oh, ja. I can't hear you. I need to take off the helmet. Oh, ja, sure. Sure, sorry. Take care. In der Haus, 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 da sehe ich einen voll-equippeder Mann. Ja, er ist ein Freund. Oh, okay. Okay, so, ihr seid auch Freundlich? Ja. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht warum. 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 Ok. Ist es Lukov? Da? Nein. Das ist Kolumbri. Ich glaube. Ich glaube wir müssen diesen Weg gehen. Zu Brena und dann Lukov. Ok. Ja. Ja. Vielleicht. Du wirst in Lukov sterben? Nein. Ich habe zwei Minuten gespawiert. Oh. Ein anderer Mann. Hallo. Hallo. Was ist passiert? Wir können dich nicht hören. Ja. Wir können dich nicht hören. Nein. Ha 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 ha. Ja. Ich glaube nicht. Das ist nicht ganz. Leute. Äh. Du musst es aus dem Helm. Weil wir dich nicht hören. Äh. Welcher Weg ist Lukov? Also ich denke dass wir hier. Wir müssen hier gehen. Weil hinter uns ist Golombry. Nice one. Oh, maybe inside the building is one. Hey buddy, is somebody inside? Hey. Ah, you with the helm. Yeah, I can't take my axe. What the heck? You see my hand? You see? It's on my ass. Holy shit, I can't take my axe. So, we wanna do Harakiri? Running into the... Yeah. Right into this fight. So, I don't know. I got no ammo. I got no ammo, but... I don't care. Okay. Okay. Let's go. Do you know which ass I can? I can just shoot, right? But let's do it. No more. So buddy, you got something to eat? Because it's red. Just a little bit. Maybe a half. Yeah. With full stomach, you fight more easier, you know? Oh my god. Holy shit. You scared me, man. Nice. Perfekt. Yeah. Yeah, I believe he's still in the tower. My cross is going down, so I think my way is over. So when I die, please eat my meat, boys. Eat it! You have to go this way and then you come to Lukov. But a very long way. So normally it comes before Brenner. And then Lukov. Yeah, that's a small honor. Take this one. Take my own gun. So wait. Oh my god. Ah, I know. Let's do this. Buddy. So. Now, buddy, it was an honor for me. You can shoot when you won. I know. We have a good solid 20 minutes together. That's it. You're my first daisy player that didn't shoot me tight. So. Thank you. Thank you. So, Leute. Ich würde sagen, das war doch mal wieder ein würdiges Ende für das Jahr 2019. Wir wären dann auf jeden Fall am Ende von diesem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Ein Däumchen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht habt. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. 那 grupos are. Ja! Av ihr G耗 Ahn. Untertitelung des ZDF, 2020